Sind Sie mit Ihrem Umsatz zufrieden? Dann können Sie jetzt weiterklicken. Möchten Sie Ihren Umsatz gerne steigern? 4%, 6%, 10%? Dann können Sie auch weiterklicken. Wollen Sie Ihren Umsatz verdoppeln oder noch mehr? Und nicht nur, weil Sie ein Start-up sind, wo sich es eh immer verdoppelt, sondern in einem etablierten Markt, dann sollten Sie jetzt weiterschauen. Vielleicht haben Sie mein Buch gelesen, Umsatzextrem. Dann wissen Sie, dass ich nicht besonders viel Adrenalinausstoß habe, wenn ein Unternehmen sagt, wir möchten irgendwie 4, 6, 8% steigern. Aber wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen verdoppeln, dann muss man komplett anders denken und dann gibt es auch komplett andere Maßnahmen. Dann komme ich ins Spiel, weil darauf habe ich Lust. Und dann verändert sich auch ganz viel in der Vertriebsorganisation. Wenn Sie auch verdoppeln wollen oder mehr, dann kommen Sie zu einem Dreitagesseminar, nämlich das Dreitagesseminar Umsatzextrem. Es wird 2016 im November stattfinden, tief im Westen von Deutschland. Es wird im Januar 2017 in der Nähe von Wien stattfinden und dann wieder im November 2017 wieder im Westen Deutschlands. Drei Tage, wo es um die Methoden geht, wie gewinnen Sie neue Kunden, wie bearbeiten Sie Ihren Markt intelligent und das ganze Thema verkäuferische Fähigkeiten. Also das ganze Thema Rhetorik, wie überzeugen Sie andere, wie machen Sie einen Abschluss, wie führen Sie Preisgespräche und so weiter. Also wirklich verkaufen für Profis, die mehr wollen als nur ein paar Prozent steigern. Melden Sie sich an, seien Sie dabei. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Seminartickets. Es ist eine überschaubare Gruppe. Und wir machen es nur einmal im Jahr. Also treffen Sie die Entscheidung. Sie finden unten den Link zur Anmeldung. Seien Sie dabei. Und ich wünsche Ihnen extreme Umsätze und fette Beute.